Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Clip aus meinem Homeoffice. Heute zeige ich eine fantastische Übung zur Knie- und Hüftmobilität. Je langsamer ihr die Übung durchführt, desto intensiver ist die Wirkung. Wechselt dann die Richtung, in die ihr euch jetzt rückwärts dreht. Achtet darauf, dass die Füße feste mit dem Boden verwurzelt bleiben. Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch der Webseite.